Okay, wir möchten euch heute Morgen einen Krafttanz zeigen. Das ist eine Übung, die haben wir mal kennengelernt auf einem Ökodorf-Gemeinschaftsfestival. Das war bei Aneinander Mager und die haben den jeden Morgen gemacht. Also das heißt, da gibt es einmal einen Männertanz und einen Frauentanz. Und ich bin da noch nicht so gut drin, aber ich möchte ihn trotzdem euch zeigen. Ihr könnt ihn ja dann bei YouTube euch nochmal angucken. Wir packen euch einen Link dabei. Das ist ein sehr kraftvoller Tanz und ich mache den jetzt auch jeden Morgen und den wollen wir euch einfach zeigen. Okay, stellst dich so hin. In der rechten Hand kannst du dir vorstellen, da steht die Schlange. Hast du die Schlange, in der linken Hand hast du einen Totenkopf. Und das ist so dieser, wie nennt man diesen Tanz? Ist das ein Atot-Tanz mit Shiva, ne? Das ist der Shiva-Tanz. Das ist der Shiva-Tanz. Okay. Okay. Babana, kivala, babana, kivala, babana, kivala, babana. Babana, babana, kivala, babana, kivala, babana, kivala. Babana, babana. Ich zeig den Tanz für die Frauen jetzt. Den könnt ihr auch wunderbar machen, wenn ihr eure Tage habt oder wenn ihr ein Baby in euch habt. Ich mache den auch täglich. Und der geht so, dass ihr eure Hände oben kreuzt. Und die Füße machen eine Bewegung, so wie im Quadrat. Der Rechte setzt sich hinter den Linken, der Linken hinter den Rechten, immer so hin und her. Dabei zippt ihr kraftvoll auf. Und dann wird die Bewegung zusammen. Zusammen ist es so. Zwei, drei nach unten, drei nach oben. Drei nach unten, zwei nach oben, zwei nach unten, eine nach oben, zwei nach hinten, ein nach oben. Und dann auftreten. Jeweils beim Runtergehen ausatmen. Ein, aus, 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 ein. Luft anhalten. Aus, 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 ein. Aus, 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 ein, aus, aus, ein, Luft anhalten. Das macht ihr so achtmal oder mehrmals. Und zusammen geht das dann noch bei diesem Mantra, Baba Nam Kevalam. Das heißt so viel wie Gott ist überall oder Gott durchwebt alles Bewusstsein. Das ist eine Erfahrung. Baba Nam Kevalam. 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 Ba-ba-nan-ke-ba-lam-ba-ba-nan. Dankeschön.